Es existiert das Lokal und das Lokal ist einmalig. Also ich habe noch nie in so einem geilen Lokal gespielt. Und ich habe schon lange nicht so ein geiles Bublikon gehabt. Und wir hoffen, dass wir wieder einmal bei euch spielen dürfen. Und jetzt möchte ich einen riesigen Applaus für das Team hören. Applaus Danke für dich alle. Danke, danke für die Jungs. Das war sehr gut. Wir werden jetzt alle mitmachen. Können wir? Wir werden jetzt alle mitmachen. Wir werden jetzt alle mitmachen. Wir werden jetzt alle mitmachen. Musik 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 Wieso ist sie ein Sarsch? Wieso sagst du das? Sie hat das gesagt. Sie sagt, du bist kein Sarsch. Das ist quasi wie die erste Idee. Aber sie war jetzt, wenn ich wieder in der Nacht bin. So, jetzt habe ich noch eine Idee. Ich möchte jetzt gerne nur die Frauen hören. Und zwar aber so erotisch, wenn ihr noch wollt. Seid ihr bereit? Jetzt geht's. Ich will wirklich mal, wie es kommt auszugehen. Achtung. Man, es war schon erotisch. Noch nicht. Ich bin irgendwie besser. Und machen wir das mal. Achtung. Ja, jetzt war es super. Jetzt probieren wir es mit dem Mannen. Die Mannen, bereit? Genau, das ist sehr gut. Am Schluss, das will sie gerne hören. Am Schluss, das M. Das Rrrr. Wenn ihr das mit nicht bekommen, auf Schluss haben. Das Rrrr. Rrrr. Ah. Rrrr. Aber einen Moment, ich mache das so. Und sie ist Rrrr am Schluss. Rrrr. 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 Das ist jetzt auch nicht so gut gekommen. Lieben Sie, wir verschieben wieder auf die Bühne. Und geh weg in die letzte Strasse von dem Song. Und dann ist wichtig, nochmal bei euch verabschiedet. Danke sagen. Und dann wissen wir, es geht bis zu zwei weiter, oder? Bis zu zwei. Das war's. Vielen Dank.